Jetzt werden Mama und Papa bald geimpft. Dann haben wir hoffentlich endlich gegen Corona gewonnen. Ein Impfstoff schützt Menschen vor Krankheiten, zum Beispiel vor der Grippe, aber auch vor ganz schlimmen Krankheiten, wie Kinderlähmung oder Tetanus. Gegen das Coronavirus hat es bis vor kurzem noch keine Impfung gegeben. Aber jetzt gibt es schon zwei verschiedene. Die heißen mRNA und Vektor. Die Corona-Impfung verhindert, dass Corona die Menschen krank macht. Das geht, weil im Impfstoff ein ganz kleines bisschen Corona drin ist, aber nicht genug, um davon krank zu werden. Der Körper entwickelt durch die Impfung Abwehrstoffe, die die Menschen beschützen, wenn Corona sie später einmal wirklich angreifen sollte. Beide Impfstoffe sagen zu den Zellen im Körper, bitte macht Abwehrstoffe gegen Corona. Der Unterschied ist nur, wie sie das den Zellen sagen. Bei mRNA übernehmen das klitzekleine Teile, die Nanopartikel. Und beim Vektor wird ein winziges Stück vom Coronavirus von einem anderen, ungefährlichen Virus Huckelpack genommen und in den Körper getragen. Egal, welchen Impfstoff wir verwenden, das Wichtigste ist, wir sind vor Corona sicher. Zuerst sollen die Leute dran kommen, für die Corona gefährlicher ist als für andere. Das sind ältere Menschen wie Oma und Opa oder kranke Menschen. Auch Leute, die im Krankenhaus arbeiten, gehören dazu. Für Kinder gibt es noch keinen Impfstoff. Aber vielleicht ändert sich das ja bald. oder wie sie sind auch nicht über Corona. Was ist da? Ich bin ein漢el�로. Ich bin ein漢elro或者 die Menschen. Eine Nachricht.